Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Futterrübensuppe. Die Futterrübensuppe gehört zu den Eintopfgerichten. Sie gilt als arme Leute essen. Dennoch kann sie ganz köstlich sein. Die Rüben sind normalerweise nicht im Handel erhältlich, daher fragt man am besten einen Landwirt oder bei der Rübenernte. Man lässt sich Rüben geben, die noch nicht ausgereift sind, weil sie sonst dazu neigen, holzig zu sein. Der einfache »Rübenklau« auf dem Feld ist als Diebstahl strafbar. Das Rezept ist für 6 bis 8 Personen ausgelegt, weil die Herstellung einer größeren Menge relativ einfach ist und die Suppe auch gefriergeeignet ist. Allerdings ist ein großer Kochtopf von Nöten. Für etwa 12 L werden folgende Zutaten benötigt. Circa 5 kg Futterrüben Circa 1 kg gewürfelter Schinkenspeck Circa 1,5 kg Kartoffeln Circa 1 kg Zwiebeln Circa 500 g Wiener Würstchen 3 Liter Fleischbrühe 1 Esslöffel Sonnenblumen oder Rapsöl 2 Esslöffel Kochsalz 2 Esslöffel ganzer Kümmel 1 Esslöffel gemahlener, schwarzer Pfeffer 1,5 Esslöffel Speisewürze 1 halber Teelöffel frisch geriebene Muskatnuss Heutige Züchtungen der Futterrübe sind teilweise Kreuzungen mit der Zuckerrübe, beziehungsweise haben oftmals Einkreuzungen derselben eins. Wer auf dem Land aufgewachsen ist und seit Kindheitstagen bei Spielen immer mal wieder von Futterrüben, die am Ackerrand liegen geblieben sind, genascht hat und beim Spazierengehen heute noch ab und an nascht, wird dies bestätigen können. Durch diese Einkreuzungen haben heutige Futterrüben einen erheblich höheren Zuckergehalt im Verhältnis zum gesamten Gehalt an Kohlenhydraten. Daneben ist ihr Fasergehalt herabgezüchtet worden. Sie schmecken weitaus süßer als die Futterrüben aus der »schlechten Zeit« zu Großvaters Tagen. Heute fällt es manchmal schwer, sie von Zuckerrüben zu unterscheiden, die haben wir früher natürlich auch vom Acker genascht, daher wissen wir das. Großer Kochtopf, ca. 10L-12L Putzmesser, zum Ausputzen der Rübe und für Kartoffeln und Gemüse Kochmesser, zum Zerteilen der Rübe und Schneiden von Speck, Kartoffeln und Gemüse Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Kochtopf, ca. 10L-12L Putzmesser, zum Ausputzen der Rübe und für Kartoffeln und Gemüse Kochmesser, zum Zerteilen der Rübe und Schneiden von Speck, Kartoffeln und Gemüse Zubereitung Die Rüben waschen, schälen und klein würfeln oder raspeln. Eine gute Küchenmaschine kann dabei sehr hilfreich sein. Holzige Teile entfernen, Zwiebeln würfeln, Kartoffeln schälen und klein würfeln, ca. 2 cm Kantenlänge. Gewürfelten Schinkenspeck im Öl auslassen, bis er glasig, nicht braun, ist. Zwiebeln hinzugeben und mitbraten, bis auch diese glasig sind. Rübenschnitzel oder Würfel hinzugeben und die heiße Brühe. Gut umrühren und ca. 30 Minuten köcheln. Gewürze hinzugeben und abschmecken. Gar gekochte Kartoffelwürfel hinzugeben. Gegebenenfalls nachwürzen. Würstchen klein schneiden und beigeben. Diese Varianten gibt es. Manche Esser fügen zum Essen noch etwas saure Sahne hinzu. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!